Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, wenn ihr meine Videos schaut. Und ich möchte immer, dass ihr besser lernt, Schach zu spielen. Und schön wäre es, wenn ihr mir eine Kleinigkeit am Ende des Videos zurückgebt, einen Daumen nach oben gebt und mir einen netten Kommentar da lasst. Da freue ich mich immer riesig drüber. Diese Serie, die Strategieaufgabenserie, ist, finde ich, schon was ganz Besonderes. Denn das gibt es selten, weil das einfach schwierig ist. Es ist schwierig, Strategie beizubringen. Und ich mache das hier immer live. Ich habe diese Stellung noch nie gesehen vorher. Ich habe sie gerade erst aufgebaut und bin auch mal bereit, richtig daneben zu greifen. Letzte Woche, letzte Aufgabe, wenn ihr es gesehen habt, lage ich ziemlich falsch mit meiner Lösung. Und heute sollt ihr natürlich wieder mitmachen. Also, die Aufgabe an euch lautet, baut euch diese Stellung auf. Am besten auf einem echten Brett. Macht euch Gedanken und ich sage euch die Aufgabenstellung, weiß am Zug, die nächsten drei bis vier Züge. Ja, so einen kleinen Planverweis entwickeln. Und macht euch, ich sage euch vorher nichts, ihr haltet jetzt das Video an, baut jetzt die Stellung auf und macht euch Gedanken. Und dann vergleicht ihr das mit meinen Gedanken und dem der Lösung. Und dann werden wir zusammen hoffentlich alle etwas lernen. Ich werde euch jetzt etwas zu meinen Gedanken erzählen. Und wie gesagt, das ist ganz objektiv. Ich habe die Stellung noch nie gesehen. Ich kann komplett daneben liegen, ein paar richtige Sachen sagen. Wir werden es sehen. Also, als erstes zähle ich wie immer das Material. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gleiche Bauern. Zwei Läufer, zwei Läufer. Springer, Springer. Türme, Türme, Dame, Dame. Material ist gleich. Was fällt mir auf? Mir fällt auf, dass, naja, tendenziell die weißen Figuren hier natürlich so am Königsflügel rumstehen. Das ist das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, als ich diese Stellung gesehen habe. Und das heißt, hier gibt es Angriffschancen. Klar, gegen den G7 zum Beispiel. Ist dieser Springer weg, ist G7 schon matt. Und was fällt mir noch auf? Weiß hat hier so einen isolierten Bauern. Dieser Springer steht sehr gut. Der steht halt vor diesem isolierten Bauern. Das perfekte Feld, Blockadefeld, den kriegt man nicht so einfach weg. Und der deckt natürlich auch diese Diagonale ab. Und er deckt, verhindert auch, dass dieser Bauer vorgeht und damit dieser Läufer aktiv wird. Das heißt, dieser Springer ist auf jeden Fall eine sehr gute Figur. Schwarz hat hier auch so einen isolierten Bauern, aber das ist nicht so wild. Seine Figuren stehen so nicht ganz so klar positioniert. Die Dame, ja, so am Damenflügel ist eigentlich nicht so viel los. Er wird sicherlich seine Türme mal in die C- und D-Linie stellen. Vielleicht will er mal irgendwann D5 spielen, aber dann geht halt diese Diagonale auf. Aber er steht ja auch noch sicher, wie gesagt. Also es ist auf den ersten Blick, sage ich jetzt, sehe ich jetzt keine Problemfigur auf irgendeiner Seite. Oder ein Problemfeld oder irgendwas. Diese isolierten Bauern spielen hier erstmal keine große Rolle, weil man die nicht, also wie will man diesen Bauern eingreifen. Da müsste man da und alle Figuren räumen und würde komplett von seiner aktiven Stellung abgehen. Und deswegen ist es in so einer Stellung, würden mir jetzt diese Bauern nicht als große Schwäche auffallen. Die sind da und sie sind nicht gut, aber die spielen keine große Rolle. Was würde mir in dieser Stellung auffallen als Zug? Also ein ganz logischer Zug, Torm F1. Verdoppeln in der halboffenen Linie, das kann selten verkehrt sein. Ein Zug, der mir noch gleich einfallen würde, ist König 1, weil in so einen Stellung mit dieser Läuferdiagonale, dann ist es immer mal gefährlich, dass man später in so einen Schach reinläuft. Kann König 1 mal eine gute Idee sein, aber es kann auch eine Zeitverschwendung sein. Es muss nicht unbedingt nötig sein, König 1 zu spielen. Trotzdem wäre es ein Zug, an dem ich tendenziell überlegen würde. Ein weiterer Zug, der mir einfällt, einfach so aus aktiven Möglichkeiten, ist Springer D5. Warum Springer D5? Der sieht super aktiv aus. Der Springer macht noch nicht richtig mit und sollte Schwarz den tauschen, dann geht hier halt vor allem diese Diagonale auf. Natürlich wahrscheinlich unter Kosten eines Bauern. Springer D5, Läufer D5, E-Schlägt D5, Dame D5. Aber ihr seht, dann gehen auf einmal die Figuren hier auf und wenn die Dame dann da auftaucht, also so, diese Stellung habe ich so, dann gibt es hier auf jeden Fall aktive Möglichkeiten. Dann vielleicht den Turm hier irgendwo in die Mitte oder schon Richtung H7 gucken. Das wäre ein Zug, der mir auf jeden Fall mal so in den Sinn käme. Wahrscheinlich ist der noch ein bisschen früh. Also ist einfach nicht nötig. Man kann natürlich noch seine Figuren verbessern. Und deswegen, um Sachen für Figuren zu verbessern, macht das natürlich Sinn, erstmal seinen Turm zu ziehen. Deswegen wäre Turm AF1 auf jeden Fall ein logischer Zug, der mir hier in den Sinn kommt. Weitere Züge. Wenn man hier schon so viele aktive Figuren hat, ist auch mal sowas wie H4, sich ein Luftloch machen und dann mit H4, H5, H6 gleich probieren, gegen diesen G7 anzurempeln. Stecht aber auch so ein bisschen H4. Ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Und nimmt auch Optionen, hier mal in die H-Linie rüber zu gehen. Deswegen, ja, also der logischste Zug für mich, für mich gibt es wieder keinen konkreten Zug, wo ich sage, das ist der Zug, der gemacht werden muss. Was kann Schwarz, ich gucke mal kurz rein, was Schwarz machen kann. Das ist natürlich auch wichtig. Schwarz, ähm, was kann Schwarz machen? Schwarz können, woran Schwarz sicherlich interessiert wäre, wäre so, wäre irgendwie diese Läufer, vielleicht ist das eine Idee für Schwarz, wenn er diesen Läufer hier abtauscht, gerade über diese Diagonale, ist das halt nervig. Und das ist sicherlich ein sehr guter Läufer und unsere schwarzen Felder sind alle so ein bisschen schwach. Das wäre ein bisschen nervig. Und das wäre wieder ein Argument, was für König H1 spricht, um da rauszugehen aus der Diagonale. Aber nach dem müssen wir halt trotzdem uns was überlegen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, was wir uns dagegen überlegen. Ja, also, ähm, Torm F1 ist wie gesagt auch ein logischer Zug, aber dann könnte vielleicht trotzdem der kommen. Und Torm F1 ist halt noch nicht ganz klar, wie es weitergeht, weil F7 ist auch eine Million mal gedeckt. Also gegen F7 spielt man halt auch nicht so einfach mit. Diesen, ja, diesen Springer, den kriegt man leider einfach nicht weg. Das ist ein großes Problem, diesen Springer hier wegzubekommen. Also, Kandidatenzüge. Ich würde jetzt ein bisschen nach Kandidatenzüge gehen. Springer D5, aber, ja, wie gesagt, es ist ein Bauernopfer. Ja, und es ist, man kriegt sicherlich einiges an Initiative, aber es ist einfach unnötig und zu früh. Torm F1, sicherlich ein vernünftiger Zug. König H1, auch sicherlich ein vernünftiger Zug. Bringen einen aber alle nicht so richtig weiter und man muss danach halt einen Angriffsplan entwickeln. Und den habe ich noch nicht ganz entwickelt. Das fehlt mir gerade so ein bisschen, diesen Angriffsplan wirklich zu entwickeln. Den würde ich vielleicht auch mal ganz gerne spielen, um irgendwie diese Dame da zu vertreiben. Das eben nicht. Wobei natürlich dann auch dieses Feld schwach wird und überhaupt natürlich Richtung C4 mal was gehen könnte. So, jetzt müssen wir aber natürlich zu einer Lösung kommen. Und das ist dann, finde ich, das ist auch die Schwierigkeit im Schach, wenn man nicht so richtig sicher weiß, was man ziehen soll. Dann in so einer Stellung halte ich es jetzt immer danach einfach, einen Zug, der nicht verkehrt sein kann. Und das wären, wie gesagt, König F1, Torm F1 und König H1 sind für mich jetzt mal Züge, die in dieser Stellung nicht verkehrt sein können. Und was gibt es denn? Springer G6? Kann Schwarz springen? Bringt Schwarz Springer G6 weiter? Glaube ich nicht. Vielleicht ist Torm D1 auch eine Idee, um schon mal gegen diesen G6 zu schauen. Und vielleicht doch Springer D5 noch mal ein bisschen zu verstärken als Idee. Torm D1 und dann wird Springer D5 noch interessanter. Doch gar nicht nach F1 gehen. Ja, ich muss eine Entscheidung treffen. Was ist eigentlich eine Idee? Habe ich jetzt eine letzte Idee? Habe ich noch, was ist, wenn wir unseren Springer umgruppieren? Was ist, wenn der Springer, also entweder geht nach D5 oder wenn er nicht nach D5 geht, was ist, wenn wir den umgruppieren Richtung F5 mit der Idee, dass wir auch diesen Läuferrückzug haben. Gerade gegen so eine Aktion haben wir dann immer einen Läuferrückzug. Vielleicht ist es eine Idee, ich meine über E2 kommt er nirgendwo, vielleicht ist es eine Idee, ihn hier lang, hier lang und hier lang. Das sieht natürlich erstmal ein bisschen passiv aus. Aber tatsächlich können wir dann vielleicht mal mit Läufer C3 diese Dame angreifen und können diesen Springer nach F5 bringen. Und da steht er natürlich interessant Richtung G7. Und das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt ganz gut, diese Idee, Springer E1. Es ist wahrscheinlich ein bisschen passiv. Und wie gesagt, ich denke, Schwarz kann, wenn er halt trotzdem den spielt, dann sehen wir schon wieder, dass wir hier mit diesem Schach in diese nervigen, schon ein bisschen in nervige Probleme kommen. Aber vielleicht können wir jetzt eben den spielen, Läufer C3. Und wenn die Damen in Schach gehen, gehen wir jetzt einfach weg. Und jetzt werden die Läufer nicht getauscht. Und danach können wir trotzdem dieses Manöver spielen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Das geht sowohl, nämlich dieser Idee, diesem Läufertausch aus dem Weg und aktiviert unseren Springer. Und im Anbetracht sonst fehlender Alternativen, außer eben Turm F1 oder Königer E1, würde ich mich tatsächlich jetzt für den Zug entscheiden. Springer D1. Ich schaue mal, was der Computer sagt. Und jetzt kommt der interessante Teil. Was sagt der Computer? Und was sagt das Buch? Ihr könnt ja schon ein bisschen reingucken. Was Computer und Buch jeweils, was der Computer sagt. Ich mache hier nebenbei die Buchlösung auf. Und ihr könnt ja auch sagen, was ihr so gefunden habt. Vielleicht habt ihr hier ganz andere Sachen gesehen. Ihr habt gesehen, dass mir so ein bisschen auch in der Stellung, ich hatte so Ideen, normale Züge, aber so richtig der langfristige Angriffsplan hat mir so ein bisschen gefehlt. Und Helsten hat die Partie selbst gespielt und er spielt den. Und das ist, ja, als Angriffsspieler hat man natürlich das schon so ein bisschen im Kopf. Ähm, C4. Okay, C4 muss man sehen. Was ist, wenn die Dame jetzt einfach nach C6 geht? Dann kommt Läufer E4 noch. Also wenn die Dame dann nach da geht, dann Tom F1. Und man setzt die einfach voll auf das Läuferpaar. Und das ist jetzt eine Sache, die man einschätzen muss. Man muss es jetzt richtig einschätzen. Der Computer sagt, es ist plus 2,2, aber man sieht, konkret haben wir nichts. Wir stellen wahrscheinlich noch den Läufer nach D5 und machen dann doch Druck gegen F7. Und das muss man aber wirklich einschätzen, weil das ist ein Bauernopfer. Und so ein Bauernopfer spielt man nicht einfach so. Da muss man sich sicher sein, dass es gut ist. So ein bisschen im Kopf hatte ich es, ich habe ja darüber nachgedacht, aber das dann wirklich zu spielen am echten Brett, ist eine andere Sache, weil es ein Bauernopfer ist. Und wenn es irgendwie auf einmal schlecht ist, hat man einfach einen Bauern weniger, den man vorher nicht weniger hatte. Und deswegen in der Partie hat Schwarz den gar nicht genommen, sondern hat Tom C8 gespielt. Und jetzt kommt B4, Ausrufezeichen. So wie ich es in der Partie mal schon spielen wollte. Jetzt nimmt die Dame doch da auf D5. Jetzt kommt C4 auch noch. Das sieht natürlich schön aus. So, Läufer E. Fast die Stellung, die wir gerade hatten. Ja, fast genau die gleiche Stellung. Und wir gucken mal, wie es in der Partie weiterging. F6, Läufer F5, Tom B8, Tom H4. Oh, 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 schaut euch das mal an. Jetzt kommen alle weißen Figuren in den Angriff. So, und jetzt wird dieser Springer hier vernichtet. Neben dem H6 hat er gar nicht gespielt. Ach, er hat G6 gespielt. Jetzt wird zacktisch schön. Und Tom schlägt H7. Wow. Jetzt droht sie halt auf G6. Jetzt kommt Tom F6. Dann spielt er Tom H6. Die genaue Zugfolge ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich will euch nur zeigen. So, König F8. Und dann kam der. Und weiß hat bald gewonnen. So ungefähr hätte ich mir das natürlich gewünscht. Hätte ich diesen Angriff gesehen, der dann kommt, dann hätte ich das natürlich gespielt. Dann hätten wir es alle gespielt. Und das ist eben das Schwierige im Schacht, das einzuschätzen. Also Springer D5 ist es tatsächlich, dieser Läufer ist halt sehr stark. Er ist ein sehr starker Verteidiger. Gerade von diesem Feld F5 und vom Feld F7. Und er öffnet halt unserem Läufer die Diagonale. Das ist tatsächlich nochmal der wichtigere Punkt. Also die Diagonale geht auf und dieser Läufer ist weg als Verteidiger. Auch von F5 zum Beispiel. Und dann kriegen wir freies Figurenspiel. Und dass wir auch C4 und B4 bekommen, habe ich nicht so gesehen. Wir schauen mal rein, was der Computer sagt zu Zügen. König H1 gefällt ihm auch gut. Turm F1 sagt er, ist auch okay. Da haben wir B4, okay. Was sagt der Computer zu einem Zug wie, was hatte ich gesagt? H4 kann man auch machen. Aber er spielt tatsächlich die Läufer D8. Das ist schon mal interessant, dass er auch diese Idee findet. Was sagt der Computer zu Springer? Sagt der Computer, ist auch okay. Kann man machen. Läufer G. Was ist, wenn jetzt Läufer D8 kommt? Dann wollte ich ja den spielen. Dann dachte ich ja, dieses Schach. König geht weg. Und die Stellung ist aber durchaus okay. Man kann die durchaus weiterspielen. Sagen wir, Schwarz spielt jetzt Turm C8 oder so. Und wir spielen Springer E3. Und der Computer sagt, die Stellung ist ausgeglichen. Jetzt muss man halt spielen. Er findet die schöne Idee, Läufer A5, was dann doch die Läufer tauscht. Das wollte ich ja natürlich verhindern. Das war ja eine Idee meines ganzen Manövers, diesen Läufertausch zu verhindern. Und wenn der jetzt doch klappt, ist das natürlich ärgerlich. Aber wenn er zum Beispiel H6 spielt und ich Springer F5. Das ist eine Stellung, die ich auch genommen hätte. Die sieht natürlich auch sehr aktiv aus. Und dementsprechend muss ich sagen, ich bin jetzt mit meiner Lösung nicht unzufrieden. Weil das durchaus vernünftig ist. Es ist planvoll, es ist logisch. Springer D5, okay. Ist eine Einschätzung. Auch hier sagt der Computer ja, bei bestem schwarzen Spiel, jetzt G6, ist es auch nur ausgeglichen. Praktisch wahrscheinlich deutlich besser für Weiß. Aber wenn Schwarz sich perfekt verteidigt. Und es ist jetzt keine Lösung der Art, den muss man machen. Das ist der einzige gute Zug. Und so ist es immer im Schach. Oder ganz oft im Schach. Ist auch hier in diesem Buch. Man muss nicht immer sagen, die Buchlösung ist die Lösung, die man unbedingt spielen muss. Es ist einfach, es gibt hier nochmal einen Impuls, auch für euch, dass man durchaus so einen Bauern mal opfern kann für Initiative. Aber man muss es nicht. Es ist eine Entscheidung. Und wenn man sagt, ich möchte das lieber nicht, weil ich das nicht richtig einschätzen kann, ich spiele lieber was Solideres, dann ist das natürlich auch okay. Aber was zum Beispiel, was ich gut finde, dass ich diese Idee erkannt habe mit diesem Läufertausch, dass das ein guter Plan für Schwarz ist, auf den ich jetzt so ein bisschen geachtet habe. Und das finde ich schon mal sehr, ja, das sagt mir schon mal, okay, hier habe ich schon ein bisschen was richtig beachtet. Und dass am Ende hier so ein Königsangriff entstanden ist. Das war ja das, was ich als erstes gesehen habe. Und dementsprechend bin ich jetzt zufrieden mit meiner Lösung und sage, kann ich mitarbeiten. Dieses Bauernopfer verstehe ich total, dass es gut ist. Habe ich auch schon so ein bisschen geahnt, aber ich habe halt nicht gesehen, dass man die Dame so gut vertreiben kann. Weil wenn die Dame auf D5 stehen bleibt, da steht die halt auch sehr nervig. Wenn man die jetzt nicht vertreibt, die steht da sehr nervig, weil die immer so, geht zwar und den D4 im Blick hat und so, aber ja, die muss dann halt auch richtig schlechte Felder. Und gerade C4 und, das ist nochmal wichtig, dass man die Dame jetzt vertreibt nochmal und dann seinen Läufer so gut aktivieren kann. Okay, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr kommt, eure Lösung könnt ihr euch ja hinterfragen. Warum habt ihr eure Lösung gewählt? Und ist sie sehr viel schlechter? Überprüft das bitte mit der Engine. Was ist das Problem vielleicht an eurer Lösung? Oder ist die auch gut? Und nehmt ihr vielleicht was mit aus den Plänen? Das ist wichtig, dass man am Ende was mitnimmt aus diesen Stellungen. Dass man auch mal bereit sein muss, ein Bauer, nicht muss, aber kann, einen Bauern zu opfern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen und einen Kommentar, da würde ich mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.